Das waren sie jetzt aber tatsächlich. Wir haben einen Tag. Aber ihr verabschiedet euch nochmal ganz persönlich von den Fans. Ihr gebt nochmal Autogramme, oder nicht? Ihr verteilt zumindest welche, genau. Zum Schreiben reicht die halt glaub ich auch nicht, weil wir haben ja Hauptverlosung. Aber ihr verteilt noch ganz schnell so ein paar, okay? Zum Abschied für eure Fans. Guck mal, dann sitzen sie ja los. Ihr müsst doch alle schon leer gelaufen sein, oder nicht? Mädels. Da kann doch gar nicht mehr rauskommen. Die Jazz ist auch gleich leer, die sind total alle. Ja, ich bin total alle, ich kann nichts mehr sagen. Das macht nicht. Ihr müsst nicht so sagen, ihr müsst nur noch Autogramme verteilen. Vielleicht noch ein paar Fotos machen, den ein oder anderen einmal drücken. Und ich freue mich ganz besonders, dass ihr hier dabei wart. Ich hoffe, wir sehen uns doch öfter mal auf den Lügen wieder. Wir haben ja noch Tommys. Wir haben ja noch Tommys. Wir haben ja noch Tommys.